Hahaha So Leute, wir haben was Neues und zwar nennt sich das Poker Face Challenge und zwar Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Format namens 3Tube Wieso kann ich das nicht? Ziel dieser Challenge ist es bei den folgenden Videos Was ist denn jetzt hier los? Ich kann das nicht schließen Hallo Poker Face Challenge, also das ist Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Format namens 3Tube Was war denn los hier? Weil wir hatten ja neulich die Try Not To Laugh Challenge, die euch sehr gut gefallen hat Und auch auf YouTube ihr fleißig geklickt habt Macht weiter so, ich will ne Milliarde Abonnenten haben Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Format namens 3Tube Ziel dieser Challenge ist es bei den folgenden Videos nicht eine einzige Mimik zu verziehen Kein Lächeln bei Keine Reaktion bei Gar nichts Leichte Reaktionen wie ein Grinsen oder ein offener Mund kostet dich einen halben Punkt Starke Reaktionen wie ein Lachen oder ähnliches kosten dich einen ganzen Punkt Es darf zum Beruhigen pausiert werden Wir starten mit 10 Punkten als Guthaben Bei 0 Punkten habt ihr jämmerlich verloren und lacht über jeden Sch*** Los geht's Das ist die Quederei gewesen Ich denke die Cavs ist hier, love Ja, ich bin selbst auch immer wieder von mir überrascht Ja, ich bin selbst auch immer wieder von uns Das ist die Fähigkeit hier gefangen Das ist die Voraussetzel Woher bin ich heute von mir ist, können wir uns zwei Ich hole Medic. Ich hole nicht das. Ich hole dich entlang nach! Halt doch nicht! D sera da nicht mehrкнут kalau. Das ist unfair. Ich bin nicht hier, aber zu demonstrieren, was einige Möte gehen hier an der Aplaku-Familie-Fitness-Klinik. Ich bin nicht hier, aber ich bin nicht hier. I bought a halter to muscle this you will follow my muscle sessions with me let's go oh 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 no Das war's fürs Erste. Sag mal, bin ich in Neuerkirche oder was? Sollte euch dieses Format gefallen, dann schreibt verdammt nochmal einen Kommentar. Elf Punkte hab ich. Ich hab elf Punkte. Einmal, also du kriegst einen Punkt für eine starke Reaktion und 0,5 Punkte für eine leichte Reaktion. Ich hab elf. Wie viel habt ihr? Hey, ähm, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen, übermorgen vielleicht. Über, übermorgen. Je nachdem. Je nachdem. Weiß ich auch nicht. Ich hab keine Ahnung, lass mich in Ruhe.